äh laut oder leide? lol was? lol ok das ist unsere äh normale methode wir könnten es eigentlich leise machen voll langweilig hm? ok langweilig ist es egal Jay? langweilig ok langweilig hat er gesagt ok langweilig hat er gesagt ok you're gonna need a thermal drill for this gig my guy stashed it around the okay before he got the gold aaah Leute, ich wurde schon fast gesehen. Oh, was ist Frosty Bang? Wer macht den Pager? Ich meine, das bringt es sich wirklich, aber trotzdem. Okay. Wie konnten wir nur entdeckt werden? Ja, ich hab sie mal aufgesammelt. Boah, das Bild ist mir zu laut. Ja, ne? Aha, viel besser. Hast du den komplett gesilent? Ja. Ja. Kostet das nicht irgendwie viele Skillpunkte? Ja, das kostet ungefähr alle Skillpunkte. Ja. 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 Die sind Taser, ne? Auf die schieß ich jemand ein halbes Mal jetzt ziehen, bevor die down gehen. Die haben viel HP und kriegen keinen Headshot-Damage. Oder wenig. Kriegen keinen Headshot-Damage? Ganz wenig. Ich weiß nicht, weil ich jetzt einfach mal auf den Kopf ziehe. Ich hab Wiki nachgelesen und ich hab hoxiert. Ich sehe, wie viel HP Leute haben. Ich sehe, wie viel Kopfschusser haben die bekommen. Mhm. Okay. Ich hab da eh so. Ach James, warum bist du so schwirz? Schwirz? Ey, Hauptsache hier in Dortmund war heute eine Nazi-Demonstration. Und eine Gegendemonstration. Oh mein Gott. Nervsos. Und vor allem, die von der Gegendemonstration haben richtig reingehauen und dafür gesorgt, dass die Nazi-Demonstration vorzeitig abgebrochen wurde. Voll geil. Wem lullt? Nein, Weak-Cop. Ich hab den gar nicht erkannt. Der sah aus dem Zivilisten. Ja, so Weak sind sie schon. Weak-Cops sind quasi wie Zivilisten mit Waffen, die man erschießen darf. Ja, so Weak sind sie schon. Ähm. Ja, ist so. Wird so lange ohne Schrohr trinken gespült, ich kann gar nicht mehr zielen damit. Aber das skiezt Leute nicht in die Eier, das macht man nicht. Und die Leute ist locker down. Einer zumindest. Nein, die Leute sind ganz schön speziell. Wo bist du? Auf dem Dach. Einen Typen festnehmen. Oh, okay. Oh, jetzt wird er nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ich kann doch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ich kann doch nicht mehr machen. Oops. Gut, echt gut. Oh, Dennis, ich helfe dir. Guck. Warte mal, wir tragen Gold, ne? Mhm. Warum habe ich die schwere Riste genommen? Ich habe übrigens einen Tipp bekommen, dass die Flakweste eigentlich besser ist als die andere. In dieser Situation. Ja. Warum? Weil, wenn du laufen musst, hast du immer noch, wenn du die Ghost Skills ein bisschen hast, wie ein Dodge. Okay, ach so, okay. Und... Ich habe ungefähr keine Ghost Skills. Ne, die lohnen sich aber. Ja, ich habe nur einen für den ICM. Ja. Wenn du da neun Punkte rein investierst... ... noch... ... ist das richtig. Aber irgendwie... ... vielleicht waren viele Leute zwischendurch. ... noch mal ganz, ich habe euch in der Abwärtsung. ... noch mal ganz, ich habe euch in der Abwärtsung. Und dann ganz, ich habe euch in der Abwärtsung. Ich hab 6 Zivilisten getötet. Warum machst du sowas? Ich bekomme minus 17.000, lass mal Gold klauen. Du dezimierst unseren Gewinn, Mann. Lass mal Gold klauen. Voll der Plan. Waaay! Shit, Mann. Sportfinden machen so viel Schaden ohne Sportfinden-Skill. Die Jugend heutzutage mit ihren Hox hat. Und Hox hat's in Smartphones. Mhm. Ne? Ne? Oh, warte mal. Da ist der Red zu uns. Und wir sind drin. Für 3 Gold. Mhm. Lass uns mal direkt wegbringen. Das ist die Wahnsinn. Krass ist, wenn die dann nicht vorbei werden. Ne. Normal. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Ah. Wahnsinn. Oh, ich lebe. Hey, ein Sniperman. Was, was, was? Ja, okay. Voll die Rettungsaktion, ja? Okay. Ahh, move the taser. Ahh, he's helping. Yes. Oh, er hat einen Polizisten der Wolf. Er hat sich umgeguckt. Ah, fucking Shield. Wenn eine Sentry versagt, wäre das schon wieder KI-Technik. Ich hasse es, wenn die das tut. Wo hast du eine Sentry, die durch Schilde durchschießt? Das wäre der Wahnsinn. Ja, so was machen wir. Oh, da ist so ein Raketenwerfer-Upgrade für die Sentry. Hahaha. Ja. So, hold, move. LOL. Gold. Kommt ihr? Hm? Wo gehst du hin? Sentry rum raus. Kommst du rein? Ja, wir auch. Ja. Ich bin schneller als Heiker. Er hat ja auch keine Ghost-Skills. Okay. Ganz möglich. Wo auf genau warten wir? Auf Tennis. Auf Tisch. Oh. Okay. Oh. 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 Das ist perfekt. Aber das fühlte ziemlich gut, nicht wahr? Großartig. LOL. Oh, Taschen-Gills. Ja, ungefähr. Ich bin schon seit 100 Jahren auf Level 56. Ich brauche noch 40 kills für mein Achievement. Das Achievement? Äh, das Commander Achievement. So. LOL-Maske. Org-Farben. Org-Farben. Das ist grüner als es gerade aussieht. Okay.